Dann gucken wir mal, was es denn so jippt auf dem Transfermarkt. Also, wie ich mir schon gedacht habe, natürlich geht ja ein Sommer rüber. Ganz herzlich dein Michael P. Das war ja irgendwie auch absehbar. Das war irgendwie absehbar. Olaf, danke für dein Prime, aber ein halbes Jahr am Start. Moin Moin, Schleswig-Holstein ist am Start. Danke für ein halbes Jahr zu Portugal. Das ist der Champions-League-Pokal. Und, Paolo Fein, danke für nochmal 100 Bits. Wir müssen umbringen in Bochum. Wir wollen einfach umbringen, genau. Offiziell, Loris Karius bleibt in Newcastle. Ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der da noch am Start ist. Loris Karius, 29, wird mindestens bis Saisonende bei Newcastle United bleiben. Das ist inzwischen offiziell. Wieder erst im Magazin am Mittwoch, ne? Option. Der ist Ersatzkeeper, aber, ne? Hat der schon eine Minute gespielt für Newcastle? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hat der gespielt? Liverpool, Union, Liverpool, Newcastle. Ne, er hat noch nicht gespielt. Susening, dank 100 Bits, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ist das schon wieder etwa ein Hype-Train am Start? Ich glaube, es ist ein Hype-Train am Start. So, also Jan Sommer wechselt. Brauchen wir jetzt nicht viele Worte drüber. Die haben so viel gequatscht darüber, brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viel drüber reden. Also Jan Sommer zu Bayern. Flo schreibt gerade, das WLAN geht jetzt wieder komisch. Das geht hier auch hier nicht mit rechten Dingen zu. Also Sommer geht und der Nachfolger ist vom Montpellier, Jonas Omlin. Die können sich jetzt um neuen Keeper kümmern. Ich glaube, Jonas Omlin wurde uns mal vorgeschlagen vom guten Kick-Off. Und Kick-Off hat den uns vorgeschlagen als Nachfolger irgendwie von Schwolo. Aber jetzt geht er zu Gladbach bis 2027. Es steht aber nichts über eine Ablöse. Käse kommt zurück. Ja, das wissen wir ja schon eine Weile. Heute hat Hertha das offiziell gemacht, dass er wieder in die U23 zurückkehrt. Er hat ja einen Profi-Vertrag, trainiert aber also und spielt bei der U23. Der war ja ausgeliehen in die zweite türkische Liga, war da aber auch verletzt und die Laie wurde abgebrochen. Das stand ja schon vorher fest. Jetzt hat es Hertha auch nochmal offiziell gemacht, dass Mesut Kesik vorher zurückkommt. Oh, Danny Ings, eigentlich Legende, oder? Von Aston Willer. Wechsel zu West Ham. Steht kurz bevor. Danny Ings, eigentlich auch ein sehr stabiler Premier League-Spieler, oder? Danny Ings steht kurz vor dem Wechsel zu West Ham United. Ablöse in Höhe von 17 Millionen Euro. Das ist auch ungefähr so der Preis wahrscheinlich, den Fans von Werder für Füllkrug erwarten können. Der ist 30, hat schon Premier League-Erfahrung und wechselt innerhalb der Premier League. Ich muss mal kurz gucken. Der hatte eigentlich für Aston Willer, dafür, dass sie nicht so geisteskrank erfolgreich sind, hatte der immer echt stabile Scorer-Werte. Hatte jetzt aber auch nur noch Vertrag bis 2024, also ein bisschen kürzer. Hat diese Saison in 18 Spielen wieder sechs Tore gemacht. Für Aston Willer hat er in 52 Spielen 14 Tore, acht Vorlagen. Für Southampton in 100 Spielen 46 Tore, zehn Vorlagen. Für Burnley 130 Spiele, 43 Tore. Der kommt aus der Jugend von Liverpool, wusste ich auch nicht. Wusste ich auch noch nicht. Alter, habe ich einen Delay? Wie Delay? Woran merkst du das mit dem Delay? Wolverhampton zieht die Klausel, über 50 Millionen und Hertha bekommt wohl die zehn Prozent. Das steht ja schon länger fest. Das ist ja auch nicht ein Klausel ziehen, sondern es soll ja angeblich so sein, dass bei Kunja eine Klausel im Vertrag war. So was habe ich auch noch nicht gehört. Eine Klausel im Vertrag war, wenn er drei Spiele länger als drei Minuten spielt, dass sie die 50 Millionen überweisen müssen. Also dass da eine Kaufpflicht greift nach drei Spielen und drei Minuten. Das ist auch Wahnsinn, wa? Es ist einfach nur noch Wahnsinn. Bro, als ob du nicht für 500k oder eine Million in den Dschungel gehst, dann lass mich mal dein bezahlter Praktikant sein. Wieso? Es geht ja nicht alles immer nur um Geld. Wenn ich immer nur danach gehen würde, was das meiste Geld bringt, dann würde ich vielleicht was ganz anderes machen. Dann würde ich was ganz Ehrenloses anderes machen, aber ich will einfach nicht im Dschungelcamp sein, Alter. Ich habe gelesen, Sommer für 8,5 Millionen plus 1,5 Millionen Ablöse. Ich habe bei Transfermarkt.de 8 Millionen Ablöse gesehen. Aber ich wollte gerade wissen, was der Omlin kostet. So, Labbadia denkt nicht an Mavropanos Abschied. Uninteressant. Uninteressant. Oh. Trossard. Also nicht Toussaint, sondern Leandro Trossard. Da gibt es ja irgendwie Streit bei Brighton. Der war auch letztes Mal nicht im Kader. Als sie 3-0 gegen Liverpool gespielt haben. Der steht vor einem Wechsel zum FC Arsenal. Trossard finde ich eigentlich auch einen richtig geilen Mittelfeldspieler, muss ich sagen. Schade, dass der bei Brighton jetzt da so Tamtam macht. 28 ist der mittlerweile. Links außen, kann aber auch zentral spielen. Auch diese Saison wieder 16 Spiele, 7 Tore, 3 Vorlagen. Der Belgier. Ähm... Ach, der war auch mal, wusste ich gar nicht, der war mal bei Genk. Der kam von Genk. Habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gelesen. 121 Spiele, 25 Tore, 14 Vorlagen. Klingt jetzt erstmal gar nicht so krass, aber hat sich in den letzten Jahren halt auch wirklich mega verbessert, muss man sagen. Kobel holt Bayern später. Die haben ja jetzt erstmal nur kurzfristig Sommer geholt für zwei Jahre oder so. Wenn Neuer und Sommer dann zu alt sind, dann greifen sie 100% bei Kobel an. Bin ich mir fast sicher, wenn der weiter so performt. Depay ist schon in Madrid. Memphis Depay zu Atletico Madrid. Das ist ja mal ein Ringtausch. João Feliz, Felix, wie auch immer, per Laie zu Chelsea. Aubameyang, der vorher von Barcelona gekommen ist, zurück zu Barca. Und Barca gibt dafür Depay nach Madrid ab. Das ist ja mal ein schönes Karussell, würde ich sagen, oder? Was gibt es hier noch Interessantes? Oh, St. Pauli holt jemanden von den Bolton Wanderers. Wer kennt noch die Bolton Wanderers? Eine Zeit lang waren die immer in der Premier League am Start. VfB Oldenburg testet Kasten. Wir haben nochmal so ein Interview von diesem Kasten gesehen. Lino Kasten. Bei Wolfsburg war der doch. Er ist vereinslos jetzt gewesen. Da hatten wir nochmal so ein Torwartinterview gesehen von dem. Ich habe den, glaube ich, auch mal irgendwo in der Amano Bar oder so gesehen, den Kasten. Der Kasten. Sommer, Neuer, Sommer, Kobel, ganz klare Sache, würde ich auch so sehen. Ich glaube nicht, dass sie auf Nübel wirklich als überdurchschnittlichen Keeper in Zukunft setzen. Aber wer weiß. Carrasco soll für Depay getauscht werden, habe ich irgendwo gelesen. Das habe ich auch noch irgendwo gelesen, stimmt. Bei Sky. Carrasco finde ich ja eigentlich einen richtig geilen Außenstürmer. So unnötig, dass er zwischendurch nach China gegangen ist. Und der soll noch zu Dings gehen. Zu Barca habe ich auch gesehen. Mittelstadt verlängert, kennen wir. Mainz reicht Pierre-Gabriel nach Espanyol-Barcelona weiter. Das hat mir gar nichts, um ehrlich zu sein. Das wird der Luke besser kennen als ich. Lucia hat verlängert in Bochum bis 2024. Benze Baini. Neben Dortmund lockt auch Atletico. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass der da den nächsten Schritt macht. Aber Dortmund sollte sich bemühen um den. Der ist, finde ich, einer der besten, auch wenn er gegen Bremen richtig Katastrophentag hatte, aber ist einer der besten und vor allem torgefährlichsten Außenverteidiger der Bundesliga. Janik schreibt, habe da ein Video mit der Aufstellung gegen Bochum gesehen und finde, dass ein Gangkamm anstatt Konga spielen sollte. Naja, Konga hat ja auch eine gute Vorbereitung gespielt. Also spricht er jetzt auch nichts dagegen, mit dem anzufangen. Das Ding ist halt, bei Konga und, nee, bei den Gangkamm, eigentlich hat man, das wollte ich eigentlich Flo auch nochmal fragen, eigentlich mit dieser Verpflichtung von Florian Niederlechner hat man Gangkamm gar keinen Gefallen getan, weil, was passiert denn jetzt? Wenn Konga einigermaßen gut spielt, dann spielt er Stamm und dann wird Niederlechner auf die Bank gehen. Nimmt man dann noch einen dritten Stürmer mit? Fraglich, ob man dann noch einen dritten Stürmer mitbringt, auch wenn manche von euch ja einen Gangkamm immer noch als Außenspieler sehen. Ich sehe ihn mittlerweile nicht mehr so als Außenspieler. Wenn Konga nicht performt, dann wird vielleicht Niederlechner von Anfang an spielen, dann wird aber Konga Stürmer Nummer 1 wahrscheinlich sein. Also mit einem Gangkamm hat man so ein bisschen einen Bärendienst irgendwie erwiesen, finde ich, mit dieser vorzeitigen Niederlechner-Verpflichtung. So hätte man gucken können, wie performt ein Gangkamm in der Rückrunde, wie performt ein Konga. Und wenn Niederlechner kommt, hätte man sich vielleicht von einem, von beiden tendenziell dann vielleicht von Konga, wenn er nicht performt hätte, trennen können und hätte dann als neue Sturmdugung Gangkamm und Niederlechner. So wird es jetzt schwer für ihn. Willi und Jesse, Doppelsturm, Niederlechner, Backup. Ja, wäre geil, aber ich glaube irgendwie nicht dran, dass wir 4-4-2 spielen. Glaube ich irgendwie nicht. Also ich will auf jeden Fall, dass ein Gangkamm nicht nur so eine Einsatzzeiten bekommt, wo er mal drei Minuten eingewechselt wird, sondern die sollen den mal, der müsste auch mal wie Konga eigentlich ein halbes Jahr bekommen, wo er immer wieder spielt, ob er trifft oder nicht. Wenn ein Gangkamm fit gewesen wäre, in der Hinrunde, dann hätte er wahrscheinlich auch schon gespielt, anstatt Konga, der hätte nun wirklich nicht so wirklich performt. Ja, leider geben wir unseren eigenen Jugendspielern nicht so viel Zeit immer, muss man sagen. Was denkst du, wird aus Redan, beziehungsweise könnte aus Redan werden? Redan ist ja wieder verliehen mit Kaufoptionen. Wir hatten extra nochmal mit dem verlängert, damit wir ihn mit Kaufoptionen verlängern können, weil eigentlich wäre der Vertrag im Sommer ausgelaufen. Er ist ja immer noch erst 21, also hat eigentlich noch Entwicklungspotenzial. Er hat halt für Hertha kaum gespielt, aber ich fand ihn damals eigentlich ganz interessant, aufgrund seiner Schnelligkeit auch mal auf den Flügel einzusetzen. Der ist von der Niederlande U15, ich kann ja mal hier umdrehen, Redan ist von der Niederlande U15 bis U21, alles durchlaufen, müsst ihr euch mal reinziehen hier, ja. 17, 42, 56, 65 Spiele gemacht und 13, 33, 65, 65 Spiele, 49 Tore für die U-Mannschaft der Niederlande. Also das ist schon krass. Und wir haben ihn damals von Chelsea geholt für 2,7 Millionen. Jetzt hat er noch einen Marktwert von 1,3, hat sich auch nie durchgesetzt. Jetzt ist er gerade an FC Utrecht ausgeliehen, vorher war er an Zwolle ausgeliehen, aber bei Zwolle war er gar nicht so schlecht, nachdem er am Anfang da irgendwie auch verschwunden war. Jetzt haben wir, er hat auch auf linksaußen hier schon gespielt und rechtsaußen, aber meistens Mittelstürmer, aber ein Tor ist natürlich wirklich nicht so viel. Für Zwolle hat er immerhin in 28 Spielen 6 Tore, 3 Vorlagen gemacht. Bei Hertha 2, 13 Spiele, 5 Tore, 3 Vorlagen, aber wie gesagt, für die erste Mannschaft von Hertha wettbewerbsübergreifend nur 8 kurze Einsätze und keine Torbeteiligung. Ich wusste gar nicht, dass Dodi und Iyuka ausfallen. Na, Dodi ist ja die fünfte gelbe Karte gesperrt. Ich habe dazu ein ausführliches Vorberichtsvideo gemacht, kannst du gerne reinziehen, da habe ich alle möglichen Aufstellungen durchsprochen, was ich für möglich halte und was ich denke, wer da am Ende spielen wird und was ich mir wünschen würde, ist auf meinem YouTube-Kanal. Ne, Transfer-Update kommt immer Montag, Mittwoch, Freitag. Also kommt morgen erst wieder ein neues Transfer-Update. So, gibt es noch irgendwas Interessantes hier im Transfer-Ticker? Oh, Kainz hat verlängert, habe ich auch nicht mitbekommen. Kainz verlängert beim FC Köln. Wie alt ist denn der mittlerweile? Ist der schon 30? 31 wahrscheinlich, ne? 30 ist der. Florian Kainz verlängert beim FC Köln. Florian Kainz wird auch über die Saison 23, 24 für den FC Köln auflaufen. Der 30-jährige Österreicher hat seinen Vertrag beim FC vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Auch krass, ne? Wenn man so guckt, was der bei Bremen so geleistet hat und dann jetzt unter Baumgart auf einmal ist er ja absoluter Unterschiedsspieler geworden auf dem Flügel hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend fünf Tore und sechs Vorlagen schon wieder in der Liga, ne? 14 Spiele, fünf Tore, vier Vorlagen. Hat mehr Tore, na gut, nur Dodi hat bei uns mehr. Aber bei Bremen war Kainz nicht so krass, ne? Guck mal, Köln 108 Spiele, 16 Tore, 27 Vorlagen. Bei Werder, na, so schlecht war er gar nicht. Acht Tore, zehn Vorlagen. Tja, aber bei Köln hat er dann nochmal richtig aufgedreht jetzt. Richtiger Unterschiedsspieler. Sollte sich Hertha deiner Meinung nach Cordoba zurückholen im Sommer, falls Jovetic und oder Dodi gehen sollten? Den können wir uns nicht leisten. Also kann ich mir nicht vorstellen. Der ist ja immer schon gewechselt. Wo war Cordoba zuerst? In Mainz oder in Köln? Ich glaube in Mainz. Dann ist er, weil er da mehr verdient hat zu Köln. Von Köln hat er mehr verdient bei uns, bei Hertha. Von uns ist er ein Jahr später nach Russland gegangen. Der wird nochmal wechseln, bin ich mir sicher irgendwann. Wobei er da wahrscheinlich auch ein krasses Gehalt hat in Russland. Aber glaube ich nicht, dass wir uns den nochmal leisten können. Könnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. Dann würde ich sagen, ich versuche es so realistisch wie möglich zu machen. Es wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, weil ich mal wieder mit absoluter Hertha-Brille tippe. Aber wir probieren es einfach mal. Ich mache mich nach, wo mache ich mich am besten hin? Oben links? Oben links ist gut, oder? So, erster Spieltag hatte ich ja schon in meinem Video heute getippt. Ich hatte ja auf eine Überraschung getippt. 3-2 Leipzig. Wobei, jetzt haben sie ja einen Sommer. Mal gucken, ob das wirklich so wird. Union hatte ich gesagt 2-0. Frankfurt hatte ich gesagt 4-1. Wolfsburg habe ich gesagt 1-2. Hertha habe ich gesagt 1-3. Stuttgart habe ich gesagt 2-1. Wobei ich mir auch einen Sieg der Mainzer durchaus vorstellen könnte, gerade weil sie so auswärts stark sind. Köln gegen Bremen habe ich gesagt. Davy Selke wird treffen. 2-1. Wobei immer wenn ich wie gesagt gegen Bremen tippe, gewinnt Bremen gefühlt. Dortmund, Augsburg, da muss ein 3-0 rausspringen. Allein für uns wäre das wichtig. Und Gladbach glaube ich, haben das zwar jetzt einen neuen Torwart, aber ich glaube irgendwie rutschen die ab. 2-0 für die Leverkusener. So und dann sieht es am 16. Spieltag so aus. Und das ist jetzt der letzte Hinrundenspieltag. Dann Dienstag und Mittwoch. Schalke zu Hause wird keine Sonne sehen. Egal ob Leipzig gegen Bayern gewonnen hat oder nicht. Wird Leipzig 3-0 machen oder vielleicht 3-1. Bayern gegen Köln. Wenn die verloren haben, sind sie richtig sauer. Dann gibt es ein 4-0. Sollten sie nicht verlieren in Leipzig vielleicht weniger. Wobei ich glaube Baumgart hat ja nicht mit Paderborn damals Bayern so mega geärgert. Im Pokal war das so? Oder in der Liga? Oder? Ich sag 4-1. Hoffenheim gegen Stuttgart. Da muss ich ja eigentlich für Hoffenheim. Hoffenheim kann ja auch nicht nur verlieren. Es sei denn, die wollen richtig durchgereicht werden. Stuttgart mit Labbadia. Wir haben ja damals mit Labbadia gleich mal 3-0 in Hoffenheim gewonnen. Ich sag 2-0. Hoffe. Tja, ich kann nicht gegen Hertha tippen. Wobei, wenn ich jetzt wirklich, ich versuche die Hertha-Brille wegzulassen. Irgendwie glaube ich, selbst wenn wir gewinnen sollten gegen Bochum, kommt dann eine Ernüchterung am Dienstag. Entweder ein 1-1 oder so ein glücklicher Wolfsburg-Sieg. Dienstag im kalten Olympiastadion. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich sag mal, es wird ein ganz hässliches 0-0. Mainz gegen Dortmund. Da wird sich dann zeigen, wie gut die Dortmunder nach der Vorbereitung sind. Oder, achso, ihr seht es noch gar nicht, sorry. Sorry, ich bin wirklich, das seht ihr, wenn man krank ist, man ist noch schlechter als sonst. Ne, Cam ist doch oben, oder? Ich hab doch Cam umgedreht, ihr müsst das sehen. Mainz ist ja diese Saison nicht so heimstark, aber das wäre so ein Stolperstein, wo Bayern oder Dortmund gerne mal stolpert, aber Dortmund kann sich keine Stolpersteine eigentlich mehr erlauben, muss man ehrlich sagen. Das ist schwierig. Wenn Mainz hier verlieren sollte, könnten sie wieder unten mit reinrutschen. Ich weiß nicht, ich schätze Dortmund einfach nicht so stark ein. Ich sag, Mainz gibt den Stolperstein hier. Leverkusen, ja, Bochum auswärts, da ist nicht viel zu holen. 3-0 und dann sieht es für Leverkusen auch wieder ganz gut aus. Oh, Freiburg gegen Frankfurt. Tippe ich auf ein 2-2. Augsburg gegen Gladbach. Ist Gladbach so richtig in der Krise drinne? Oder schaffen sie, ich meine, selbst Bochum hat dann auswärts gewonnen. Gegen Dings. Ich verdecke die Tipps. Ja, ist egal, wo ich bin. Irgendwas verdecke ich irgendwie immer. Ich kann jetzt mal nach oben rechts mich machen. Gladbach, schwer einzuschätzen. Augsburg ist ja immer gut gegen die Gegner, wo sie selber nichts machen. Ich sage, ich sage, 0-2 Gladbach. Wobei Gladbach ist auswärts auch schlecht. Komm, hier, ich sage 1-0 Augsburg. Bremen gegen Union. Da wird Union dann merken, dass sie eben noch keine Spitzenmannschaft sind. Da gewinnt Bremen zu Hause mit 2-0. So, und dann würde quasi, das ist ja erstes Ende der Hinrunde. Wenn wir auf Platz 14, kann ich mit leben, mit 18 Punkten. Platz 16 wäre Stuttgart, mit 17 wäre aber ganz schön eng da. Augsburg hätte 18, Bochum hätte 13, Schalke hätte 9. Wenn wir allerdings nicht gewinnen würden gegen Bochum, hätten wir nur 15 und wären damit 16 da. Wenn wir verlieren, wäre Bochum sogar vor uns und wir wären 17 da. Da müsste man schon gewinnen dann gegen Wolfsburg. So, Bayern wäre auf 1, Leipzig auf 2. So, ja, okay. So, jetzt schauen wir mal an. Erster Spieltag. Leipzig gegen die Stuttgarter. Ich tippe irgendwie immer auf Leipzig. Die können ja auch nicht alles gewinnen eigentlich, aber ich glaube, die sind gerade gut drauf. Freiburg gegen Augsburg. Das ist klares 2-0. Mainz gegen Bochum. Schwierig. 1-1. Hoffenheim gegen Gladbach. Schon wieder auswärts Gladbach. Aber Gladbach kann ja auch nicht alles verlieren. Ich sage, 1-3. Aber es kommt halt auch drauf an. Je nachdem, wie gut ist dieser neue Keeper und ist Thüram noch da oder nicht? Hertha gegen Union. Ich sage, ganz ehrlich, dieses Mal 3-0 Hertha gegen Union, auch wenn es mir keiner glaubt. Ich tippe das einfach. Mal gucken, ob ich das nächste Woche immer noch sage, nach den ersten zwei Spielen, aber ich tippe es jetzt einfach mal. Bremen gegen Wolfsburg. Innenspiel war, glaube ich, 2-2. Sage ich 3-1. Bayern gegen Frankfurt. Das lassen sich die Bayern nicht nehmen. Es wird ein 3-2, auch wenn die Frankfurter öfter mal schon geärgert haben. Ja, Omnen ist stark. Es gibt viele starke Keeper, die in eine andere Liga gewechselt sind und dann verkackt haben. Kepa war auch ein starker Keeper, sonst hätte man nicht nach Spanien 80 Millionen überwiesen. Jetzt gerade ist er wieder besser bei Chelsea, aber der war ja Katastrophe am Anfang. Schalke gegen Köln. Ich glaube, da gibt es mal eine Überraschung. 1-0. Leverkusen gegen Dortmund. Dortmund da echt unter Druck, ne? Ich sage 2-3. Augsburg gegen Leverkusen. Das Problem ist, ich tippe immer mit Sympathie. Ich kann das gar nicht. Vor allem so weit im Vorhinein. Ist jetzt nicht so, dass ich Leverkusen mehr mag, aber ja doch, gegen so eine Gegner, Hinspiel haben sie auch 2-1 gewonnen, ne? Ne, aber Xabi Alonso hat jetzt die Vorbereitung gemacht, ne. Ich sage 2-1 Leverkusen. So, Dortmund gegen Freiburg. Oh, da, das könnte schwer werden. Ich glaube, da tut sich, beißt sich Dortmund so ein bisschen die Zähne aus und Freiburg gewinnt auswärts. Wird Freiburg überhaupt so stark wiederkommen? Ich weiß nicht, die haben ja auch Doppelbelastung. Ne, komm. Aber Dortmund hat auch Doppelbelastung. Die spielen gegen Chelsea und so weiter. Ich sage 2-1 Dortmund. Union, Mainz. Mainz, Union, ja. Ich glaube, Union hat eher Schwierigkeiten mit Teams wie Mainz, als mit Teams, die da hinkommen, wie Gladbach oder so oder Leverkusen, die in die alte Försterei kommen. Ich sage mal, gegen Augsburg haben sie auch verloren zu Hause, ne? Union. Ich sage 2-1, Mainz ist auswärts stark. Köln gegen Leipzig, in Köln ist alles schwierig. Überraschungs-1-0 für Köln. Oh, Hertha-Frankfurt. Frankfurt-Hertha. Das ist, äh, in Frankfurt sehen wir eigentlich echt immer gut aus, muss man sagen. Ich sage, also selbst mit Pal in der Saison sahen wir ja gut aus, wo Darida sogar noch geknipst hat. Ähm, ich sage 2-2. Äh, nee, beim Derby bin ich im Olympiastadion. Gegen Wolfsburg bin ich auch im Olympiastadion. Muss mal gucken. Vielleicht streame ich gegen Gladbach, weil es Sonntag ist. Aber kann auch sein, dass ich da im Olympiastadion bin. Ähm, Bochum gegen Hoffenheim. Ja, Bochum zu Hause. Hoffenheim, weiß ich nicht. Haben jetzt Rüther verloren. Der hat jetzt auch nicht so viel getroffen in der Hinrunde, aber haben Dolberg geholt. Keine Ahnung, wie der funktionieren wird. Ähm, ich glaube, Frankfurt müsste Champions League haben zu der Zeit da. Gladbach, Schalke. Nee, das geht an die Fohlen. Stuttgart, Bremen. Ich glaube, zu Hause sind die unter Labbadia nicht schlecht, die Stuttgarter. Können wir auch ein 3-1 vorstellen. Bremen knipst aber auch immer. Wolfsburg, Bayern. Also da brennt, glaube ich, nichts an. So, Schalke, Wolfsburg. Ihr seht, Wölfe halte ich nicht so viel von. Die haben für mich auch viel mehr Punkte geholt, als ihnen eigentlich zugestanden hätte, laut Spieleranteilen. Schalke würde ich sagen, Wolfsburg ist vielleicht mal ein Heimsieg drin, wenn Reiß komplett kämpferisch spielt und die Wölfe da mit den ganzen Söldnern halbherzig rangehen. 2-1. Bayern, Bochum war ja in der Hinrunde extrem brutal. Ich glaube, so krass werden sie den Bochum an nicht nochmal einschenken. Dominik, dank für 100 Bits. James Rodriguez für die 10. Wie, bei uns oder was? Gerne, her damit. Kann er schöne Volley-Tore schießen, wie bei der WM. Was war das? 2014? War es 2014? Ich weiß gar nicht mehr, wo er danach zu Real gewechselt ist. Freiburg, Stuttgart. 2-1. Ich tippe viel zu viel auf der Basis, wie die jetzt gerade spielen irgendwie. Mainz gegen Augsburg. Zu Hause ist Mainz nicht gut, aber Augsburg hat sich auch gut verstärkt, darf man auch nicht vergessen. Ich sage 2-1. Hoffenheim, Leverkusen. Irgendwann muss Hoffenheim auch mal wieder gewinnen. 2-0. Bremen, Dortmund. Ei, da hat aber, ähm, oh, da hat aber Dortmund noch eine Rechnung offen, glaube ich. Da hat Dortmund noch eine Rechnung offen. Ich sage 2-1, aber so richtig überzeugen mich die Dortmunder trotzdem nicht. Leipzig gegen Union. 3-1. Köln gegen Frankfurt. Da werden die Kölner gewinnen. Und Hertha gegen Gladbach. Das wird dann das verdiente Rematch. Wir hätten schon im Hinspiel mehr rausholen müssen. Da gewinnt Hertha mit 2-0. Ich mache so viel 2-0. Null Gegentore bei Hertha, ey. So. Augsburg gegen Hoffenheim. Geht an die Hoffenheimer. Gladbach. Oh, Gladbach zu Hause gegen Bayern. Dann gegen Jan Sommer. Ich sage, Bayern hat sich schon so oft die Zähne ausgebissen. Auch bei Adi Hütte haben sie doch 5-0 oder so verloren. Gladbach hat da irgendwas, warum die Bayern damit nicht klarkommen. 2-1 für Gladbach. Wolfsburg, Leipzig. Könnte mal so ein Überraschungssieg werden für Niko Kovac. Bochum gegen Freiburg. Freiburg kommt bestimmt nicht damit klar, wie Bochum spielt. Stuttgart gegen Köln. Ich sage 3-2. Davy Selke trifft zweimal. Frankfurt gegen Bremen. Haben die da noch Doppelbelastung oder nicht, ist die Frage. 2-1. Ja, Union gegen Schalke. Wird kein schönes Spiel, aber es wird Union 2-0 für sich entscheiden. Dortmund in Dortmund. Ne. Ich glaube nicht, dass wir da was holen. Und wenn es nur knapp ist, wie beim letzten Spieltag, aber ich glaube, da verlieren wir. Ich könnte mir sogar 3-1 vorstellen. Leverkusen. Mainz. Im Hinspiel hat Leverkusen, glaube ich, 3-0 gewonnen. Oder? Auswärts? Ich sage 3-1. Leverkusen, wenn Würz wieder zurückkommt, könnten die auch noch richtig abgehen, falls ihr zu alter Form findet. Mainz gegen Gladbach. Nachdem die Bayern besiegt haben, verlieren sie dann gegen Mainz. Oh, Leipzig gegen Frankfurt, auch ein interessantes Spiel. Ich glaube, 3-2 für Leipzig. Köln gegen Wolfsburg. 3-1. Hoffenheim gegen Dortmund. Dortmund 2-1. Utze, grüß dich. Würz war in der Vorbereitung schon richtig stark. Er ist auch ein fantastischer Fußballer. Ist auch ein fantastischer Fußballer, muss man einfach so sagen. Hertha gegen Augsburg. Naja, die Augsburger. Die Augsburger. Da wird Niederlechner knipsen, bin ich mir sicher. Ich sage, die Augsburger schießen gar kein Tor. Wie das Hinspiel gewinnen wir da 2-0. Bremen gegen Bochum. Auswärts, glaube ich, reißt Bochum da nicht viel. 3-1. Schalke gegen Stuttgart. Vielleicht holt Schalke hier mal einen Punkt. Freiburg gegen Leverkusen. Wird Leverkusen machen. Bin auch nur knapp. Und Bayern wird Union richtig einen einschenken. Da bin ich fest von überzeugt. 5-0. So, Dortmund gegen Leipzig. Auch ein interessantes Spiel. Die haben dann beide gleich viele Punkte. Schnappen sich gegenseitig die Punkte weg. Ich sage, 2-1 Dortmund. Union gegen Köln zu Hause. Interessantes Spiel. 1-1. Wobei eigentlich, nee, das gewinnt. Zieht Union. Wobei so eine Spiele, Selke gegen Union, der ist doch top motiviert. Ich sage 1-1. Es wird viel darauf ankommen, wie Selke funktioniert bei Köln. Muss man wirklich sagen. Mainz gegen Hoffenheim. Mainz schätzt sich weiterhin zu Hause nicht so stark ein. Gladbach gegen Freiburg. Zu Hause die Gladbacher dann wieder besser. Ich glaube auch nicht, dass Freiburg das so komplett die Saison durchziehen kann. Bochum gegen Schalke. So, Derby, oder? 2-1 Bochum. Oder ich sage 3-1 sogar. Augsburg gegen Bremen. Da hat ja Bremen noch eine Rechnung offen. 3-1. Stuttgart gegen Bayern. Ja, letztes Jahr hat ja Bayern da gegen Stuttgart Punkte verschenkt, aber zu Hause sogar. Ich sage 2-0. Leverkusen gegen Hertha. Ich sage zu dem Zeitpunkt 2-1, weil Leverkusen richtig gut drauf ist. Wolfsburg gegen Frankfurt. Ne, glaube ich nicht. Ich glaube, da gewinnen die Frankfurter gegen ihren Ex-Coach Niko Kovac. Köln gegen Bochum. 2-0. Bayern gegen Augsburg. 4-0. Leipzig gegen Gladbach. 3-1. Frankfurt gegen Stuttgart. 3-1. Hertha gegen Mainz. Tut mir leid, mein lieber Luke, aber wir haben letztes Jahr schon verloren. Wir haben im Hinspiel nicht gewonnen. Das Ding ziehen war mit 2-1. Schalke gegen Dortmund. Stolpert, das wäre wieder typisch, ja. Dortmund nah dran an den Bayern, wenn sie gewinnen. Mit immerhin 6 Punkten. Und da stolpern sie dann. Das wäre typisch. 1-1. Freiburg gegen Hoffenheim. Gewinnen die Freiburger mal wieder aus einer kleinen Talfahrt. Bremen gegen Leverkusen. 3-1. Und Wolfsburg schafften 2-1-Sieg über Union. Gladbach gegen Bremen. Glaube ich an ein 2-1. Hoffenheim gegen Hertha. Also in Hoffenheim, außer jetzt, sage ich mal, dieses 3-0 während Corona. Langbart, da habe ich doch jetzt schon zweimal drauf geantwortet auf deine Frage. Hast du nicht zugehört oder was? Hoffenheim gegen Hertha. Komm, wir machen es mal wieder so wie unter Labbadia. Gewinnen da einfach mal wieder. 2-0. Bochum gegen Leipzig. Die stellen nochmal so einen richtig dicken Fischenbein. Augsburg gegen Schalke. 3-1. Stuttgart gegen Wolfsburg. Da hat Wolfsburg dann wieder so eine Glücksphase. Dortmund gegen Köln. Oh, da werden sie sich auch schwer tun. Ich sage aber 2-0. Union gegen Frankfurt. 1-1. Leverkusen gegen Bayern. Da kriegt Bayern nochmal einen eingeschenkt. Weil Leverkusen richtig durchstartet die Rückrunde. Und Mainz gegen Freiburg ist dann ein 2-1 für die Mainzer. Was für 1-1? Hast du Schalke gesehen, wie die spielen? Ja, ich habe gesehen, wie die spielen. Aber Dortmund habe ich auch gesehen. Und die haben teilweise schon einen ganz gruseligen Fußball gespielt. Und in so einem Spiel geht es ja nicht nur darum, dass man Fußball spielen kann. Da geht es vor allem darum, wie gefetzt wird. So. Bayern gegen Dortmund. Das wäre dann nochmal die Chance für Dortmund, weil Bayern ja gerade verloren hat. Und auf 5 Punkte ranzukommen. Ne, auf wie viel hätte Dortmund? Auf 2 Punkte ranzukommen. Aber genau daran wird es scheitern. Und Bayern wird einfach wieder 3-0 gewinnen. Luke, alles gut, mein Lieber. Gönne ich dir auf jeden Fall. Ja, hoffe ich doch, mein Lieber. Danke für 100 Bits. Ihr habt oft genug gegen uns Schandtaten angerichtet. Leipzig, Mainz ist 3-1. Union hilft ja Hertha nie. Wenn Union gegen Mannschaften spielt, wo sie gewinnen sollen, damit sie uns helfen, schaffen sie es ja nie. Aber hier schaffen sie es mit 2-1 gegen Stuttgart. Freiburg, in Freiburg sehe ich Hertha nicht gewinnen. 2-0. Köln, Gladbach, ist ja auch Derby. Muss auch mal ein Unentschieden her. 2-2. Frankfurt hat ja was gut zu machen aus dem Hinspiel, wo sie 3-0 in Bochum verloren haben. 3-1. Wolfsburg verliert dann wieder 1-0 gegen Augsburg. Schalke, Leverkusen 0-3. Und Bremen, Hoffenheim, da gibt es dann eine Überraschung. 2-0 für die Hoffenheimer. So, Dortmund gegen Union. Wird ein schwieriger Ritt. 3-2. Leverkusen gegen Frankfurt. Da kann dann Leverkusen an den Frankfurtern vorbeiziehen. Und das machen sie auch. Freiburg gegen Bayern. 2-2. Mainz gegen Bremen. 3-1. Also 1-3. Hoffenheim gegen Schalke. 2-1. Gladbach gegen Wolfsburg. Zu Hause sind die ja ganz gut. 2-0. Oh, Bochum gegen Stuttgart. Das ist ja ein absolutes Kellerduell. Das wird dann Bochum für sich entscheiden mit 2-0. Augsburg gegen Köln. 1-1. Und Hertha zu Hause. Also sorry, gegen Leipzig holen wir nie irgendwas. Zu Hause gegen Leipzig holen wir nie irgendwas. Aber es war ja letztes Mal auch schon knapper. Ich sag trotzdem 1-2. Und das war dann schon knapp. Bayern gegen Hoffenheim. 3-0. Leipzig gegen Augsburg. 3-1. Union gegen Bochum. 2-0. Köln gegen Mainz. 2-1. Frankfurt gegen Gladbach. Da müssen sie dann wieder gewinnen. Ich sag mal, torreiches Spiel. 3-2. Wolfsburg gegen Leverkusen. Hm. Ich sag 2-1. Da strauchelt dann Leverkusen mal Stuttgart gegen Dortmund. Dann wieder so ein Spiel, wo Dortmund strauchelt. Schalke gegen Hertha. Also wenn wir da nicht auf Schalke gewinnen, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber es wird nur so ein ganz knappes 1-0. Ganz, ganz knapp. Bremen gegen Freiburg. Freiburg wird oben dran bleiben. Ich sag aber 2-2. So. Dortmund gegen Frankfurt. Oh, das sind aber auch Partien hier. Dortmund gegen Frankfurt. Sag ich 3-1. Leverkusen gegen Leipzig. Sag ich 2-1. Freiburg gegen Schalke. Sag ich 3-0. Mainz gegen Bayern. Bayern stolpern doch immer in Mainz. Sag ich 2-1 Mainz. Hoffenheim gegen Köln. 2-1. Gladbach gegen Union. Sind die nicht befreundet miteinander? 2-0. Bochum gegen Wolfsburg. Die Heimserie wird ja auch nicht ewig weitergehen. 2-1 Wolfsburg. Augsburg-Stuttgart. Geht glaube ich an die Stuttgarter. Und Hertha. Hertha hat was gegen Bremen gut zu machen. Deswegen gewinnen sie 2-1. Bayern gegen Hertha. Da ist leider nichts zu holen für uns. 4-1. Leipzig gegen Hoffenheim. 3-1. Union gegen Leverkusen. 1-1. Köln gegen Freiburg. 1-3. Frankfurt gegen Augsburg. Ne. 2-0. Wolfsburg gegen Mainz. 2-1. Bochum. In... Dortmund in Bochum. 2-0. Stuttgart. Tja. Stuttgart. Zuhause. 2-1. Und Schalke verliert nochmal deftig gegen Bremen. 0-3. Oh Mensch. Wir sind ja schon durch mit unseren 40 Punkten. Hä? Dortmund spielt gegen Schalke 1-1. Aber Hertha gewinnt gegen Schalke. Alles klar, Digi. Du kannst doch nicht immer so tippen, als wäre alles berechenbar. Es passieren immer komische Dinge. Sonst hätte ja Schalke 0 Punkte und nicht 9. Bochum hat auch gegen Frankfurt, Union und Gladbach gewonnen. Hätte auch keiner mitgerechnet. Es passieren immer komische Dinge. Muss man mit einbauen, diese Variable. Hallo. Macht der denn hier nicht weiter? Ist ja jetzt hängen geblieben. Hertha ist zu gut. Ist zu unrealistisch. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Achso, weil ich hier auf irgendeine Werbebanner geklickt habe oder was? So. Dortmund gegen Wolfsburg. 3-1. Leverkusen. Köln. Mini-Derby. Freiburg gewinnt dann nochmal gegen Leipzig. Mainz gewinnt natürlich. Mühlig gegen Schalke zu Hause mit 3-0. Wird da nochmal richtig haarig. Hoffenheim. 1-2. Gladbach gegen Bochum. 3-0. Augsburg gegen Union. 2-2. Uh, Hertha gegen Stuttgart. Zu Hause. 2-1. Und Werder ärgert nochmal die Bayern. Aber es wird einfach in der Tabelle. Ich finde Bayern, glaube ich, nicht so stark dieses Jahr. Ich finde Bayern, glaube ich, nicht so krass dieses Jahr. Aber trotzdem werden sie Meister, weil die anderen noch schwächer sind. Bayern gegen Schalke. Da gibt es dann die richtige Abreibung, weil sie gerade verloren haben. 5-0. Dortmund gegen Gladbach. Gibt es ein 2-2. Leipzig gegen Werder. Da wird Werder überraschen. Union gegen Freiburg. 2-1 Union. Köln gegen Hertha. Da verlieren wir. Und Davy Selke macht ein Tor. Frankfurt gegen Mainz. 3-1. Wolfsburg gegen Hoffenheim. 2-2. Bochum gegen Augsburg. Zu Hause. 2-1. Entscheidendes Sechs-Punkte-Spiel. Und Stuttgart verliert mit 1-2 gegen Leverkusen. So, letzte zwei Spieltage. Mal gucken, was da rauskommt. Bayern gegen Leipzig. 3-1. Leverkusen gegen Gladbach. 2-0. Freiburg gegen Wolfsburg. 1-1. Ne, 2-1. Mainz gegen Stuttgart. Das wird so ein dreckiges 0-0. Hoffenheim gegen Union. 1-2. Augsburg gegen Dortmund. Dortmund stolpert doch auch gerne in Augsburg, oder? Die machen es nochmal spannend im Abstiegskampf. Die Dortmunder. 2-1. Augsburg. Hertha. Bochum. Das ist eine klare Angelegenheit. 2-1. Klare Angelegenheit. 2-1. Hertha. Schalke-Frankfurt. Da gibt es nichts. Und Bremen-Köln. Das ist die Revanche. 3-1. So, 34. Spieltag. Dortmund gegen Mainz. Gibt da nochmal ein 3-0. Leipzig gegen Schalke. Die ballern die dann richtig runter mit 5-0. Union gewinnt 2-1 gegen Bremen. Köln verliert 2-0 gegen Bayern. Gladbach. Augsburg. Gladbach. 2-1. Frankfurt. Freiburg. 1-2. Ist das realistisch, wenn die um die Champions League spielen? Ich weiß nicht. Wolfsburg. Hertha. Da bin ich auch vor Ort. Aber ich glaube, das gibt da nochmal ein 2-1. So letzter Spieltag mäßig. Bochum, Leverkusen, 2-0 und Stuttgart, Hoffenheim. 1-1. Genau, Traditionsniederlage am 34. Spieltag. Boah, war das anstrengend gerade. Sehr realistisch. Bayern 1. Das ist noch realistisch. 2. Dortmund. 8 Punkte weniger. Guck mal, wie viele Mannschaften bei mir 60 Punkte haben. Leverkusen 64. Das ist auch unrealistisch. Die habe ich zu gut getippt. Frankfurt 63. Leipzig 61. Freiburg 60. Und dann kommt Union. 8 Punkte weniger. Gladbach. Das ist auch unrealistisch. Bremen. Hertha. Das wäre ein Traum, wenn die Saison so endet. Alter, Hertha. 46 Punkte ist klar. Ach, ich hätte ihnen noch viel mehr Punkte geben können. Wolfsburg. Hoffenheim. Köln. Mainz. Stuttgart. Augsburg-Relegation. Bochum-Abstieg. Und Schalke-Abstieg. Die Tabelle gefällt mir auch. Ich würde 1.000 Euro setzen, dass die Tabelle nicht so kommt. Schalke noch. Ich habe immer Schalke noch schlechter als bisher getippt. Alter Schwede. Also ich würde wirklich 1.000 Euro gegen jemanden wetten, dass die Tabelle so nicht kommt. Moin Tom, wusstest du, dass Mbappé und Selke fast zusammen Doppelstürm gespielt hätten? 2015 stand er sehr kurz vor einem Wechsel zur RB. Ne, wusste ich nicht. Wie alt war denn Mbappé? Da war da doch erst 15. Also. Oder 16 war der da. Höchstens. So. Haben wir hinbekommen. Also sehr, sehr aussagekräftig meine Tabelle hier. Macht euch einen Screenshot. Wird nicht passieren. Wird nicht passieren. Ich glaube auch Leipzig wird besser abschneiden. Leverkusen wird schlechter abschneiden. Vielleicht schneidet Dortmund sogar schlechter ab. Hertha wird schlechter abschneiden. Wahrscheinlich schneidet Köln besser ab. Mainz besser ab. Hoffenheim besser ab. Wolfsburg besser ab. Laut Toms Berechnung kämpft Hertha bis zum Schluss um die Europa League. Aber rettet sich sehr früh vor dem Abstieg. Und der Name Selke ist bei den Toren so oft gefallen, dass der Bray um die Torjägerkanone kämpft. Um mehr Tore als unser Willi schießt. Und wir uns ärgern, dass er kostenlos abgegeben wurde. Tja, das klingt doch nach einer logischen Prediction, oder nicht? Was hältst du von der geplanten Regelung, dass Schiris die VAR-Entscheidung über die Stadionsprecher verkünden sollen? Nix. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Nix halte ich davon. Das würde alles völlig wüst machen, finde ich. Ich finde es so ordentlich cool, wie es jetzt ist, aber das finde ich völlig bescheuert. Vielleicht muss man es einmal gemacht haben, um es zu wissen, aber das finde ich völlig bescheuert. Bis zum nächsten Mal.